Hallo und herzlich willkommen wieder bei Battlefield 4 Multiplayer mit mir den Maru, heute bei Mr.HP und Hochi, hallo. Ich carry euch. Genau, carries them all. Erwischt. Ja, ich bin zum ersten Mal. Warte. Ist das ein böses Ding, oder? Ja. Ist das ein böses Ding? Oder ist das ein gutes Ding? Ich bin dann noch irgendwo angehitet und ich weiß nicht, wo es herkommt, aber raus. Wir haben einen Anti-Air unter uns. Ja, raus. Hey, ich bin schon mal Profi. Am Rand war sie. Außen an der Ecke. Hast du es überlebt? Nö. Ich bin gestorben, bevor das Ding hochgegangen ist. Wir müssen hier sind. Direkt die Ankündigung für alle Zuschauer. Es gibt inzwischen noch einen Travel Town Battlefield Server. Oh Gott, das habe ich getan. Ich bin Heli. Auf dem wir planungsweise dann in näherer Zukunft auch spielen werden über die Aufnahmen. Ich werde ihn verlinken, auch den anderen beiden vielleicht, wenn sie Lust haben. Ja. Da haben wir auch den Admins, können Bullse-Cheater bannen. Maps einstellen. Alles super. Oh Mann, Heli. Au. Ich spawne schnell neu. Bin reingestiegen, aufgestiegen, runtergefallen. Da ist Boom gemacht. Endlich. Ist dir eigentlich bewusst, dass wir gerade hier oberen Kurs spielen? Mit 800 Tickets ist es okay. Oh, ich bin tot. Oh. Ach gegen 9. Dann ist es nicht okay. Ach gegen 9. Da hofft man einfach mal, dass der Server einfach voller wird. Hä, ja. Ich hab den... Egal, ich carry das. Das schaffst du mal so. Und, okay, und. Hab einen. Schön. Ich hab den ja auch vorher angehittet. Ich hab den ja auch vorher angehittet. Ich hab den nämlich 80 Schaden gemacht. Jetzt nicht. Noch, ich hab den Killings auch... Oh, ich hab den Killings auch... Oh, hier links, vor dem hier ist einer. Hier ist es die Biloy. Der ist auch eliminiert. Nice. Nach der Heli-Action musst du ein paar Killings machen. Wir verlieren grad C. Wir haben alles nicht verloren bisher. Oh, der hat noch 3 Heals, der Junge. Der wär fast tot gewesen. Ist nicht dein Ernst. Der ist tot, der Junge. Oh Gott. Über 90 Minuten, ah. Das könnte lange dauern. Ach, Quatsch. Ach, komm. Wir haben innerhalb von 4 Minuten schon 50 Tickets verloren. Das heißt also, 8 Minuten wird die Runde dauern, wenn wir es weiterzuhalten. Läuft, oder? Aber gut, ja. Einfach mal Gas geben. Ich mein, ich nehm alleine D ein, weil wir nur 9 gegen 8 spielen. Ja, ich komm auch schon grad zu D. Wir müssen einfach dominieren. Ich fahr mal zu A. Ich geh mal den Heli runter. Ich geh zu E. Ich hab mal Auto. Ich hab ein paar Füße. Ein Panzerwagen. Ich hab einen Raketenwerfer. Der lenkt sich ganz schön gut, der Panzerwagen, hab ich gehört. Hast du gehört? Nimm E ein. Okay, ich bin... Okay. Was? Ich kenn den Web irgendwie nicht. Ich bin zum ersten Mal bei den Heli. Das ist auch richtig wirklich. Läuft. Ich hab gehört, dass Panzerwagen nicht zu Türen durchpassen. Ey, die Flagge wollte irgendwie... Und 3. Verringert. Das ist gut. Wo ist denn der? Ich nur rumstehen oder weißt du? Der Heli ist tot. Die Flagge legt endlich die Punkte, das ist gut. Die hab ich zerstört, den Heli. Nicht zu machen dafür. Wie nehm ich die Flagge ein? Automatisch auch. Ran stehen bleiben. Einfach in der Nähe bleiben. Bin dabei. Da sind wir dabei. Ja, tschüss. Prima. 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 Okay. Haben wir... Das ist... Könnte ziemlich lange dauern. Der hat aber 50 Punkten. Nice. Wir haben übrigens neun Tickets abgezogen in den Gegnern. Jep. Da lernen wir es. Oh, den B wieder ein? Dann brauchen wir jetzt zurück. Mist. Ich war grad... Ah, acquiredź. Falt hier, Mario. Okay. Mh? Da brauch ich nicht. Ja, an dir. Prima. Prima. zeigen wie man die fliegt wer fliegt abschossen kann ich alleine weil ich lande sitzt am heli ich lande ja jetzt mach einfach ja hier hat uns durch alle bäume erschossen einnehmen sehr schön ich mag die eine sei noch die ist immer noch so ok muss man da sein aber wo ist ja jetzt reichpunkt einnehmen ich nehme den panzer ich brauche noch einen zweiten fahrer drin der für uns anti ist da ich mir nur von der strahle ich hatte zu uns gehört weil ich es nicht der halbe rüber ist keine rota dann ist ein gegner wenn ich sogar kein gegner gar nichts in der kann es einsteigen angeschossen das ding hast du die laser ich meinte dann habe ich nicht okay und tschüss ja raus und das auch der heli haben wir auch land zu f und e lasst uns abhauen im panzer da habe ich nichts dagegen ich kann die höchstens bisschen ablenken wir können das lew nehmen auch gott ich bin geschmissen aus versehen ach medipec ok rein da liegt medipec ab ihn schön wunderschön 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 das ab b mach mal b ach da ist am liebsten bin ich gesehen und versteckt da unten wusste ich nicht was geht ist mal gucken hier na wo ist er denn höchst höchst wo ich einschieße auto gespawnt er ist oben er ist oben wenn wir auch gespawnt im auto links ja nichts mehr aus für nebel ist tot ja heli über uns links jetzt halb getroffen ja hinter uns in der wich fahrs mal um die ecke ja benutzt das ding denn schießt doch schießt doch schießt doch schießt nicht mehr raketenwerfer das markiert aber es geht nicht hast du dieses dinger vielleicht ne ich hab gar nichts ich hab dieses zieldings da ich bin aufklärer das weiß ich nicht ne es ist nur das fernrohr ach so ne ja das kannst du machen auf den ne alles gut alles gut falsch klasse raus ja das war der heli boah alter das war die artillerie jep das hat ganz schön gescheppert du mir gehts auch nicht so dolle ne sieben leben ich will behaupten ich bin fast ich mein leben oh da fliegt alles ein das sieht so geil aus hier fallen bäume ganz viel hoch das ist nicht so nett ja das machen sie gerne hier maru ich verlasse dich mal alles klar ist ein heli irgendwo wie bitte ist ein heli grad irgendwo ne ich schön aber auch nicht au ich bin getroffen von irgendwas ja von nem sniper wahrscheinlich ich war auch sniper das war unfällt ich bin tot ach du warst du sniper ach du warst du sniper ich war auch sniper das war unfällt ach man ich bin ich ne runde pionier wieder hi hofi hi hofi au tschüss tschüss hofi tschüss hofi ich mag dich nicht ich muss dir erst so was geben spawn bei mir dann krieg ich Punkte spawn bei mir dann krieg ich Punkte spawn bei mir dann krieg ich Punkte er verdient keine Punkte ja er ist bei mir gespawnt ja er ist bei mir gespawnt wuhu hast du rakete da vorne ist einer ja boah jetzt schießen sie mit echt oh nicht arg lecker ich schmeiß mal medie pack hier hin naja ich suche ihn gerade aber ich sehe ihn nicht die anti-air hier drin oder was hinter uns hinter uns ich bin tot vom LAV passt auf der guckt hier rein das ist kein LAV das die anti-air oh hier hinter uns da kommt ein LAV reingefahren ich weiß ich weiß was ich machen ja ich bin ja grad gestorben da steht LAV also LAV aber die kriegt wie die anti-air das ist ne anti-air ich kann nichts gegen den ausrichten nur so als info ne hm ich hab da auch nen Stinger dabei wo ist denn der hinter dir hinter dir manchmal klappt das manchmal klappt das wenn der Fahrer sieht ich bin ans Auto gelaufen springt der automatisch raus dann kann ich einsteigen aber das hat nicht funktioniert wir müssen so ein bisschen trollen weißt du hm wir sind ja ein bisschen im Arsch ja ich bin tot das ist nur wahr warum oh das LAV steht ja hier OLA 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 shit ich brauche jetzt in der schwarzen oh noch so n Ding das ist nicht veräppeln ja das ist ein Panzer ja ja das ist wieder was alter oh Gott Mario das hat mich auch erschreckt ah der Panzer ist auch noch hier ach der hat mich überfahren ja und ich kann nichts machen mhm außer die Flagge halten und Zeit kaufen reicht ja reicht ja reicht die Mamine und Rakete mit denn die Heli haben so ne Kontrolle D kriegen sie nicht ich hab die D Flagge noch oh Gott der Panzer hat mich oh man nur einen Schuss drauf bekommen Spaß mit dem Börter ja oh trocky ich find's halt so geil wie die Artilagie runter kommt ja das sieht echt hammer aus ich probier was ich hab grad ZZZ Burrito getötet das ist ein schöner Name der gefällt mir geht ein C4 ähm hast du das schon? kann gar nicht sein ja in der Hand echt? krass ähm du machst mit der einen Test schmeißt das hin miteinander und löst das aus was heißt halt C4? ich weiß nicht was soll es ums sein mhm auf Clearat C4 bei C4 Sprengstoff ja doch ich hol mir grad Flagge C ne für das Info mhm das hat nur so n Knopf ok ich komm zu dir D ist gleich neutral ich bin den Zünder das war jetzt aber der Rechtsklick meiste ist hin über dir ist gut kannst du mir nämlich den Eingang hier frei halten verstehe mhm ach ist das schön mhm ok dann äh B verlieren wir gerade so ich wollte zu D rüber fahren weil er am Panzer ist weil er am Panzer ist bei D ok dann mach ich mich zu B weil ich kann gegen den Panzer eh nix ausrichten ich schreibe mich recht nicht woher das ist gemein also jetzt mittlerweile spielen wir jetzt mit 23 Spiele das wird schon voller ja ist gut äh ok ok wie hat der Panzer das gerade angestellt er hat durch den Zug durchgeschossen ha durch einen physisch vorhandenen dicken fetten Zug das ist eigentlich nicht so dass er mich an einer Ecke getroffen können na egal ich hör grad auch so n Ding und sag das das war nur ne Mine einfach rauf geguckt und wollte wissen was das ist war nicht so klar von mir aua wo schießt denn der her ich hab der Heli ich glaub das ist ein Panzer ok pfff auflage B ist gleich eingenommen mhm du hast jetzt hier muss mich carry'n tun wir doch ich sterb grad nur noch mach nicht ganz so viel Spaß ich versuche dich wiederzubeleben ich kann dich aber nur einmal wiederbeleben ich muss die volle AP haben ja und wenn ich dich wiederbelebt hab dauert es ungefähr 2 oder 3 Minuten dann kann ich dich wiederbeleben oder du machst ein T ah super ja gut wir haben B wir haben A verloren ne Maru mach mich mal ach so ich wollte zu C ok dann mach du C dann mach dich A ich denk mal da wird schon kein Panzer sein da hast du ein Panzer sein doch da ist ein LED da hast ein LED zu sehen gekommen äh nichts gemacht Maru naja hast du nicht gesehen oder nö da haben wir eine Rakete mit mir eingeschlagen aua von mir ja jetzt komm mal eine andere Rakete bei mir an du kannst doch mit einsteigen brauche ich dann kannst du so ein GPS schießen aus meinem Panzer raus ne ne ist mir total krass zieht der ernsthaft bei uns in die Base das ist aber nicht nett den messer ich jetzt Ich komme mal hinter zu A und B. Der Flau-Schalos steigt nicht jetzt so. Achtung, achtet mal auf... Oh, verdammt. Ich bin bei C. Bulldog. Ich wollte den gerade eben messern, aber der hat sich genau in den Moment umgedreht. Da ist ein LED. Ich habe es einmal gesehen. Oh, du auch. Der schießt doch schon auf mich. Ich werde hier von einem Heli beschossen leider. Muss erstmal abhauen. Der schießt wieder auf mich. Ja. Warte eigentlich nur noch darauf, dass er aussteigt. Er hat 41 Schaden schon genommen. Ein Schoß. Ausgestiegen. Ja. Hast du? Ja. Kannste einsteigen, das LED. Ja, bist du geil. Kannste kurz herkommen? Ah. Was? Kannste kurz herkommen. Hätte ich umsteigen können. Komm schon, wurde von LeFly dich killed. Um echten. Mr. Flood heißt der, nicht Mr. Floyd. Ja, ich weiß. Ich hab die Alarmanlage eingeschaltet bei Plage A. Schau mal den. Der hat ein riesen Gewehr. Oh, ich bin tot, glaub ich. Das ist aber super. Macht Spaß. Ich hab nur die Pickel nicht geschmissen, einfach für ihn. Das ist, bevor ich sterbe. Okay. Ach man. Ich krieg A nicht eingenommen. Irgendwo ist einer. Das ist durch unmöglich. Der wollte nicht sterben. Das ist ein Handelsachenstirb. Der hat nen Schalldämpfer drauf. Hätte ich auch gern benutzt. Ich hoffe, es gibt für die Bulldog auch nen Schalldämpfer. Naja. Hä? Keine Ahnung. Ich nehm mal die Tunguska mit. Ich kann die Flagge um die einnehmen. Muss man irgendwann ja sein. Beifers sind zwei. Nehmen wir mal einen. Ach, da oben. Ja klar. Ich kann mal da oben stehen bitte. Das ist ja für irgendwer. Ich glaub, er hat noch nicht ganz realisiert, dass ich mit der Tunguska hier bin, oder? Nee. Ich hoffe, dass er jetzt da ist er. Ah, scheiße. Das war's. Wow. Er ist ausgestiegen. Ist oben auf dem Dach jetzt. Und tot. Wir oben auf dem Dach sind noch zwei Leute. Ja, ich komme. Hm? Ich fange mit dem Paz an. Ich hab die Tunguska. Wir haben alle Punkte verloren übrigens in der Zeit. Ich bin nicht schuld. Ich bin nur 80 mal gestorben. WTF? Ey, der wie hinter dir. Ich wird dir nicht viel helfen, das Ding. Naja. Ich hatte manchmal einen Gutschka kaputt gemacht, der Hammel. Ja. Ich seh Bafi. Hallo Bafi. Okay. Warte mal, Maru. Ein paar genau unter mich durch. Ich bin drin. Ich hab Schaden genommen. Was? Ich hab Schaden genommen. Du hast ernsthaft Schaden genommen? Vier Schaden hab ich genommen, ja. Weil ich auf den Panzer... Ah, nee, nee. Weil oben ist ein Sniper drauf mit der Heavy Gun. Ich hab noch den Punkt ein. Hinter uns auch. Schau mal auf die Minimap. Wir glauben jetzt einfach mal, dass er nicht da ist. Lass ihn kommen. Obwohl ich sehe ihn nicht mehr, dass der Minimap verschwunden ist. Da ist er. Ist so. Nein. Bei dem drinnen oder dahinten. Nein. Da unten ist ein Heli. Kann ich den Punkt ja nicht einnehmen? Wir haben den Punkt ein von uns. Ich krieg keinen. Ich krieg den Heli nicht. Lass ihn mal an das Geschütz bitte. Den Heli krieg ich rausgeschossen mit dem Geschütz. Komm rüber. Da. Ach, in der Ecke. Och, Mann. Bin ich blind. Wo ist er denn? Hinter uns ist es mehr geflogen. Wo? 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 Direkt unter uns. Die sind unten drinnen. Ne, da drüben ist einer. Unten drinnen ist aber auch einer. Am Computer ist einer. Am Computer ist einer. Kommst ruhig. Ich reparier dich. Was? Von hinten kommt der Heli. Oh, reparieren das alle glaube ich. Oder? Das dauert immer kurz. Das Ding wird heiß auf Dauer. Oh, bin tot. Betroffen? Hinter uns. Rechts? Ist ausgestiegen, glaube ich. Oh fuck. Voll vorbeigeschossen. Ich Idiot. Der voll die geile Cadia. Mhm. 2,16. Rolf. Komm. Ich hab zerstört. Mhm. Unten drinnen sind noch 2 Bar Alpha. Problem ist, wir können ja nicht aussteigen. Wir können ja nicht aussteigen. Wir können ja in die Fahrzeuge. Also ich kann aussteigen. Ne, ich kann nicht aussteigen. auch Punkte mache ich jetzt öfter. Ja, 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 ja. Repel, repel. Oh, hier. Nimm mal hier meinen Panzer. Oh. Der ist oben drauf. Der ist fast tot gewesen. Hat nicht mehr viel. Na, fuck. Boah, was war das? Mine. Nichts. Wir sind alle weg. Ne, und ist noch einer. Und ist noch einer. Und ist einer drin, ne? Weil ich den mal ausmuchen mit denen jetzt. Ich war halt wahrgenommen, Bastian. Der hat leider geschossen. Oben, oben links, oben links. Links, links. Oben? Oben auf dem Dach? Ne, unten. Unten oben. Also unten drin, aber oben. Da oben, an der Baum. Schon da gerade. An der Baum. Mhm. Da. Und ist... Da. Tod. Okay, doch die Spatzen. Okay. Okay, dann würde ich sagen, fahren wir weiter, ne? Ja. Unten ist noch einer drin. Warte mal, da ist schon wieder einer drin. Da, rechts. Der ist rechts. Ja. Guck mal, der gleiche Typ. Ist noch einer da hinten drin, ja. Der rätzt auch noch. Ah, nice. Ein Kill. Ich hab'n Kill. Oh, ich hab'n Kill. Der Pilot ist so schlecht. Mhm. Ja.